Schöner, das ist schön, zurück auf 3.7. So macht Spaß. Uh, okay, mit Top-Symbol. Oh, wenn er eine Verlängerung bringt, haben wir einfach Top-Symbol mit mal 2. Oh, Riesenchance. Come on. Oh, Rutsch durch, rotes Buch. Irgendein Buch. Oha. Mit dem ist spannend, Mann. Okay, ein rotes ist schon mal sehr, sehr wichtig. Kommt noch einen im Screen hinten? Schade, hätten wir direkt nochmal einen Dreier. Okay, 5 Spins. Alter, Verlängerung wäre so nice. Okay, nice, Vierer. Come on, come on, come on. Yes, Baby, Mann. Spiel ist hot. Was geht ab? Come on, ey. Einfach mal einen Vierer rausgehauen. Was ist hier los? Komplett am Printen, Mann. Komplett am Printen. Steht euch vor, der macht die Verlängerung. Letzter Spin. Ein Buch zum Spann machen. Schade, Digga, aber reicht komplett. Reicht komplett. Bin doch schon zufrieden. Halloween, Junge, 1.000 Mal. Ich dachte, ich hole hier einen schnellen Bonus ab. Und dann ist er so wild drauf. Da kann ich doch nicht raus, Mann. Yes, Mann. Yes, yes, yes. Es ist 600 und wir sind über 4.000. Wir sind über 4.000. Auf der Suche nach den besten und neuesten Bonus-Angeboten? Auf slotologe.com findest du die perfekte Auswahl. Bonus mit PaySafeCard? Non-Sticky oder 200% Boni? Mit den Filtern und einem Review zu jedem Casino findest du das perfekte Angebot für dich. Alle Casinos sind zuverlässig und vom Slotologen geprüft. slotologe.com slotologe.com